Hallo und herzlich willkommen bei Salergo.ch, deinem Online-Shop für ergonomisches Arbeiten, sowohl im Homeoffice als auch im normalen Büro. Heute stelle ich dir diese ergonomische Armauflage von OfficePlus vor. Ich finde das wirklich eine tolle Geschichte, sehr einfach montiert, wie man hier sieht. Es gibt diese zwei Bügel, die man in diese Richtung oder auch umgedreht montieren kann. Man hat hier noch zusätzlich zwei weitere Löcher, falls man die Montage anders anbringen muss, wenn man zum Beispiel irgendetwas unter dem Tisch montiert hat und nicht so viel Platz. Also wie gesagt, es funktioniert ganz einfach. Unter den Tisch hin und schon hält die. Ich habe jetzt hier eine angenehme gepolsterte Auflage, wo ich meine Unterarme aufstellen kann und dann kann ich mit meiner Arbeit beginnen. Ich habe viele Kunden, die Probleme mit den Armen haben, weil zum Beispiel die Tischkante zu spitz ist oder zu fest schürt, weil man die Ellbogen etwa mal anschlägt oder die Unterarme. Dafür ist das sicher sehr geil oder Leute, die einfach ein bisschen mehr Komfort haben möchten auf dem Tisch. Zusätzlich gibt diese Armauflage natürlich auch mehr Platz. Das heisst, ich habe hier gut 20 cm nach dem Tisch Platz, um meine Arme hinzustellen. Das heisst, diese 20 cm habe ich zusätzlich zur Verfügung auf der Tischplatte, wo ich beispielsweise meinen Computer, meine Tastatur etc. hinstellen könnte. Das ist ein tolles Produkt. Man kann es wie gesagt auch so montieren. Das geht jetzt gerade nicht, weil ich die Bügel verkehrt herum montiert habe. Dann hätte ich jetzt eine weitere Ausschürfung, wo ich hier zum Beispiel eine ergonomische Tastatur hinstellen könnte. Oder ich komme ein bisschen weiter rein in den Tisch. Das wäre auch möglich. Diese Armauflage gibt es in verschiedenen Farben. Es gibt sie in diesem Grün, es gibt es in einem Navy Blau, würde ich das mal bezeichnen, einem Schwarz, einem Anthrazit und einem Rot. So Bordorot, Dunkelrot. Sehr, sehr intensive Farben. Die sind relativ schnell lieferbar, praktisch alle am Lager. Wenn du Interesse an so einer Armauflage hast, gehst du am besten auf solervo.ch. Dort findest du diese Armauflage. Ich bin sehr überzeugt, es ist ein tolles Produkt. Wenn du sie mal waschen willst, auch toll, kannst du den Bezug einfach wegnehmen mit dem Reißverschluss. Und diesen bei einer 30 Grad Handwäsche waschen, dann ist er wieder schön sauber. Wenn du Flecken nicht so magst oder denkst, waschen ist nicht so meins, dann würde ich dir empfehlen, möglichst eine dunkle Farbe zu nehmen. Das siehst du, die Flecken nicht so schnell. Ja, das ist eigentlich schon alles, was ich dazu sagen kann. Wie gesagt, du findest die Armauflage auf solervo.ch. Danke fürs Zuschauen. Wenn du Fragen hast, schreib sie unten in die Kommentare. Danke.